Ja, liebe Studierende, herzlich willkommen in unserem Kurs vernetzte IT-Systeme. Sie haben ja schon festgestellt, dieser Kurs ist ein wenig anders als die anderen Module und dementsprechend ist auch der Rechercheauftrag ein bisschen besonders. Sie sollen nämlich einen Wiki-Eintrag erstellen. Und da wahrscheinlich die wenigsten das bisher in Ideas gemacht haben, gibt es dieses kleine Video-Tutorial, wo ich Ihnen einmal kurz zeigen möchte, wie das Ganze in Ideas passiert. Sie finden innerhalb des Kurses vernetzte IT-Systeme im Ilias eine Gruppe, die ihren jeweiligen Gruppennamen trägt. In diesem Fall ist das das Beispiel WI 5216. Und innerhalb dieser Gruppe finden Sie ein vorbereitetes Wiki, welches interessanterweise natürlich denselben Namen trägt. Wenn wir da mal reinschauen, werden Sie feststellen, dass Sie dort schon eine ganze Liste von vorbereiteten Themen finden, die dort schon eingestellt sind. Ihre Aufgabe besteht nun als erstes mal darin, sich ein für Sie passendes Thema herauszusuchen, welches Sie dann im Rahmen dieses Rechercheauftrags bearbeiten wollen. Wenn Sie sich für ein Thema entschieden haben, klicken Sie das an dieser Stelle einfach an. Voraussetzung ist natürlich, dass das noch nicht von jemand anderem reserviert wurde. Ich mache das hier mal am Beispiel der strukturierten Verkabelung. Und dann öffnet sich auch schon eine leere Wiki-Seite, die Sie dann bearbeiten können. Sie sehen auch schon, hier hat sich auch direkt der Titel dieser Seite verewigt, entsprechend des Links, auf den Sie geklickt haben. Und Sie sehen hier auch einen Bereich, wenn die Maus darüber bewegt wird, wird er grün. Wo auch steht, klicken Sie hier, um Inhalte hinzuzufügen. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Wir fügen einen Inhalt hinzu, haben hier die Wahl zwischen verschiedenen Objekten, die wir dort einfügen können. Und ein Teil Ihrer Aufgabe besteht ja darin, dass Sie auch ein selbst erstelltes Bild dort einfügen sollen. Und genau das machen wir jetzt mal an einem Beispiel. Sie klicken also auf Bild einfügen, wählen an dieser Stelle die entsprechende Datei aus. Ich habe da schon mal was vorbereitet, lade das dann quasi als nächstes hoch. Je nachdem, wie groß Ihr Bild ist, sollten Sie nach Möglichkeit auch die Größe hier anpassen. In der Regel hat sich das bewährt, dass so 350 Pixel eigentlich ein ganz passender Wert dafür ist. Wenn Sie hier den Hakensätzen Proportionen erhalten, dann bleibt das Bild auch entsprechend schön. Sie können dann dort auch noch einen Titel vergeben. Auch da habe ich mal was vorbereitet. Ich nenne den jetzt hier mal strukturierte Verkabelung einmal anders. Kopiere mir das dort hinein. Und Sie sollten ja auch eine Bildunterschrift hinzufügen, wo Angaben gemacht werden. Einmal über Sie. Wo haben Sie dieses Bild gemacht? Und wann haben Sie dieses Bild gemacht? Auch da habe ich schon mal was vorbereitet. Das kopiere ich mir dort auch einfach mal kurz hinein. Und dann sagen wir speichern und haben dann auch schon unser Bild unserem Wiki-Beitrag hinzugefügt. Wenn das hinzugefügt wurde, sehen Sie dort eine Bestätigung. Sie sehen aber noch nicht die Seite als solches wieder. Dahin gelangen Sie hier vorne mit einem Klick auf Seite zurück. Und dann haben Sie auch direkt eine Vorschau, wie Ihre Seite wohl aussehen wird. Jetzt haben wir hier ein Bild drin. Wir haben unsere geforderte Bildunterschrift dort drin. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist unser Text. Und Sie sehen, dass sich die Ansicht an dieser Stelle ein bisschen verändert hat. Wir haben jetzt hier drüber ein solches Plus-Symbol. Und dann drunter auch. Je nachdem, wo Sie Ihren Text platzieren wollen, wahrscheinlich bietet es sich an, das unterhalb des Bildes zu machen. Können Sie also entsprechend auf diese Plus-Balken klicken. Und wir wollen an der Stelle jetzt ja einen Text hinzufügen. Und dementsprechend wähle ich jetzt hier auch aus Text einfügen. Dann öffnet sich ein kleiner Editor. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Sie finden hier oben im oberen Bereich diese Bedienflächen. Das ist alles What you see is what you get. Soll heißen, wenn Sie hier, wie aus Word bekannt, auf B klicken, dann kriegen Sie entsprechend fettgedruckten Text. Auch diesen Text habe ich schon mal vorbereitet, dass ich mir den da nur noch hinein kopieren kann. Das machen wir jetzt einmal kurz. Also in dieses weiße Feld, in dieses weiße Textfeld kopieren wir jetzt einfach mal den vorbereiteten Text hinein. Sie sehen auch, ich habe dort schon ein paar vertiefende Quellen hier unten mit angegeben. Auch das ist ja Teil Ihres Rechercheauftrages. Also es sollen dort mindestens zwei Quellen angegeben werden. Und jetzt haben wir den Text schon so ein Stück weit fertig. Ich kann jetzt hier oben sagen, speichern und zurückkehren. Und dann bekomme ich auch wieder meine Seite angezeigt im Wiki, so wie sie dann hinterher in etwa erscheinen wird. Das, was jetzt hier noch auffällt, ich habe bei den vertiefenden Quellen hier einmal einen Online-Link angegeben und hier unten auch noch ein Buch. Wenn ich in dieses Textfeld hier hinein klicke und im Bearbeitungsmodus bin, dann öffnet sich dort auch direkt ein kleines Menü, wo ich das Ganze nochmal bearbeiten, löschen, kopieren und so weiter kann. Ich würde jetzt ganz gerne noch diesen Link anklickbar machen. Ich gehe jetzt also hier nochmal auf Bearbeiten, komme dann wieder in den Bearbeitungsmodus und möchte jetzt hier diesen Link kopierbar machen. Diesen Link möchte ich klickbar machen. Also ich markiere mir den. und dann habe ich hier oben einen Button-Link zu einer externen Webseite, denn das ist das ja in diesem Fall. Das geht zu der DIN-Norm. Das klicke ich an, dann sehen Sie auch schon, hier unten werden entsprechende Tags um diesen Link herumgesetzt. Das, was ich jetzt nur noch anpassen muss, Sie sehen, hier vorne wird die URL angegeben, ist eben die URL, die dort über diesen Link angesprungen werden soll. Auch die kopiere ich mir jetzt hier noch einmal raus und hier vorne entsprechend dann hinein. und wenn ich das Ganze jetzt nochmal mit Speichern und Zurückkehren bestätige, dann sehen Sie auch, habe ich jetzt hier einen entsprechend anklickbaren Link auf diese Seite. Wenn hier unten diese Button eingeblendet werden, dann bedeutet das, Sie sind immer noch im Bearbeitungsmodus. Das sehen Sie auch hier drüben. Da kann man noch verschiedene Dinge machen. Brauchen Sie an der Stelle erstmal nicht. Wenn Sie jetzt hier vorne auf Seite klicken, dann sehen Sie die Seite so, wie Sie später auch für die anderen Teilnehmer im Wiki zu sehen ist. Das heißt, das ist jetzt unsere Seite, unsere Wiki-Seite, strukturierte Verkabelung. Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, den korrigieren wir noch. Strukturierte Verkabelung mit meinem Bild, mit der zugehörigen Bildunterschrift, mit meinem Text, mit meinen vertiefenden Quellen, mit dem Link, der hier auch entsprechend jetzt anklickbar ist. Also genau so, wie wir es haben wollen. Wenn wir jetzt hier drüben in der Wiki-Navigation einmal zurückgehen auf unsere Startseite, nämlich vernetzte IT-Systeme, dann stellen wir fest, hat sich unser Link, den wir jetzt gerade bearbeitet haben, strukturierte Verkabelung, hier verändert. Der ist jetzt nämlich blau. Das heißt, hinter diesem Link verbirgt sich nun auch eine Wiki-Seite. Alles, was rot ist, ist bisher noch nicht bearbeitet. Alles, was blau ist, ist bereits in Bearbeitung oder eben entsprechend auch schon fertig. Das heißt, wir arbeiten an dieser Stelle nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. Wer sich zuerst eine Seite sichert, darf diese auch bearbeiten. Wie im Rechercheauftrag geschrieben, achten Sie aber bitte darauf, dass das Ganze fair bleibt, also nicht eine Seite reservieren, nur um erstmal sicherzugehen, dass die auch Ihnen gehört, sondern suchen Sie sich bitte ein Thema raus, wo Sie auch sicher sind, dass Sie dieses Thema am Ende bearbeiten wollen. Wie sich das für ein Wiki gehört, können wir natürlich auch nachvollziehen, wer welche Seiten bearbeitet hat und wie die Bearbeitungshistorie ist. Deswegen pfuschen Sie bitte nicht in den Texten und in den Seiten von anderen Kommilitonen herum. Wir können das, wie gesagt, sehen, sondern bearbeiten Sie nur das Thema, was Sie sich herausgesucht haben.